Hallo und herzlich willkommen zurück, hier ist auf der Sturm und ich spiele jetzt mal ein bisschen Reiner. Letzten Folgen war ETC Action angesagt und jetzt spiele ich ein bisschen Reiner. Der Kali, ne? Reiner. Schon schick. Ich versuche momentan das Gold zu sparen für den neuen Hero, der rauskommt, ne? Hier den Medic. The Medic. Oh, wir haben einen Muradin als Mate. Höllenschreine, jawohl. Mit der Gruppenzusammenstellung könnte es einen geben. I'm a must. I am a must. Was denn? 94. 95, ne? So. Guys. Hallo. Höllenschreine. Die Leute, die ich dabei habe, bräuchte ich nicht mehr vorzustellen, die kennt ihr alle. So, Reiner. Macht Ihnen allen den Garaus. Das könnte gut werden. Das ist schwierig. Schützenkönig oder ich will mehr. Haben wir einen Heiler dabei? Ne, ne? Ich will mehr. Der Anschlag beginnt in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Zu den Waffen. Hört sich gut. Ah. 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 Verpassen wir Ihnen ein paar Löcher. Schade. Alter, block mich doch nicht. Ah, Junge. Boah, ich muss mich bärchen. Der mich übelst geblockt hat, der Typ. Muradin warnt vor Gefahr. Ja. Jaina, Reiner, Valla, Kerrigan, Muradin gegen 8. Sylvanius, Gerslow, Fallstädte schlachtet. 1, 1. Abuse. Schade. Hau ab, Zwerg, Junge. Ja. Die Schreine werden jetzt aktiviert. Helden, macht euch bereit. Was muss das los? Ah, die sind relativ wichtig hier, die Schreine, dass wir die kriegen. Es ist so weit. Aktiviert den Schrein und richtet seine Wächter. Dann soll uns der Bestrafer übrig sein. Registrat. Geist socks. Ja. Wir haben einen Eisbestrafer beschwören, der auf die gegnerischen Tore marschiert. Der Gegner konnte unseren Bestrafer bezwingen. Alter, Karrigan down, das ist nicht schön. Na gut. 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 Besterfer, Unterlag! Besterfer, Unterlag! Wo waren du mit? Jaina, top! Wallah mit! Ja, ok! Level 12 zu 9, ich möchte mich nicht beklagen! Und ich bin das erste Mal gestorben mit dem Reiner! 16.000 damage, fast 70.000... So sieht's aus! Ja, richtig geil! Ja, fang doch schon mal an! Seid bereit, Helden! Ja, ok! Ischke! Ja, bei der Map ist halt wichtig, dass du viele Dudes dabei hast mit Splash, wie Jaina oder so weit, ey! Gazelow ist auch ok! Jaina, wir haben ja Gazelow! Wallah ist auch gut! Ausgezeichnet! Wir haben einen Arkan-Bestrafer aus dem Abgrund herbeigerufen! So geil, der Buff! Der Gruppen-Buff mit Bewegungsgeschwindigkeit und Attack-Speed! Das ist so geil! Unfassbar, wie geil das ist! Da schlagt er, da schlagt er, da schlagt er! Ja! Da schlagt er! Angriff! Attacke! Die brennenden Dinger! Der Buff läuft! Die Tür ist einigeres! Oh, 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 oh! Done, sorry! Und wieder Wallah und Jaina sind woanders! Aber... Vielleicht gehört das ja zur Strategie! Seid mir nicht böse! Das kann natürlich sein! Und wie immer... Es läuft ja! Solange es läuft... Oh Mann! Sich nicht beklagen! Höh... Ja, ich komm ja! Fang doch schon mal an, Junge! Alter... Die Leute, die immer eine halbe Stunde warten, ne? Bis der Mate kommt! Ja, jetzt kämpft ihr hier zu zweit alleine, das ist auch nicht cool! Ja! Alter, was tut es?! Das war's für heute. ein Mauser bestrafer folgt den hohen Himmel in die Schlacht komm, das Ding können wir jetzt schon beenden gg 13 minuten win ja was soll ich sagen, ich hoffe es hat euch gefallen, es war ja auch schön bis zum nächsten Mal, hier sind die Stats nochmal für euch, peace out